Der Königszwerg, ein wirklich kluger König, das solltet ihr euch auch merken, was er so erzählt hat. Redet, bevor ihr euch gegenseitig schlagt. Er ging zum Dänenkönig und sagte, ich weiß, du hast viele Ritter, mehr als ich. Ich werde verlieren, aber bedenke, nimmt der Ritter das Schwert in die Hand, dann weinen so viele. Der Königszwerge Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Das war's.